Manuel, also ich hatte dir doch gesagt, wenn du Ingwer-Shot trinkst, maximal zwei, bumm. Beim zweiten, wenn du den trinkst, bist du in Topform, in Topform. Was machst du? Du trinkst den dritten? Ist doch klar, dass du nie gedopt bist, Mann. Die Dinger stehen ab drei auf der Dopingliste. Mann, hör doch zu, wenn ich mit dir rede. Macht das nächste Mal besser. Wir holen das runter von der Dopingliste und dann geht's neu. Mission Gold Titelverteidigung. Manuel Schaar, der Heavyweight World Champion. Ja, Sir.